Hey Leute, mein Name ist Bergtossi, ich hoffe euch geht's allen gut. Ich habe es nicht geschafft für dieses Video ein Intro zu machen, da ich den mega Lachkrampf meines Lebens hatte, als ich eben gerade mir ein neues Gesicht in Dauntless zurecht gebastelt habe. Und ich würde sagen, ich lasse euch daran teilhaben, weil ich habe einfach, während ich, ich konnte nichts anderes machen, außer auf Recording drücken und mein Gesicht weiterbauen. Und wie ich gelacht habe und wie ich gefeiert habe, das seht ihr hier. Das gibt noch, ich kann noch ein bisschen buschiger nehmen, dann muss ich die Haare nochmal runter. Ah, ich habe so einen Lachkrampf oder vielleicht nämlich einfach einen Vollbart, aber dann sieht man ja nicht so viel. Es muss ja irgendwie noch ein bisschen so dieses Gesicht betonen. Das ist schon gut. Ich brauche eine andere Sessour. Oh no! Dieses Spiel. Gott, ja das ist doch super. Aber man darf immer nicht vergessen, ich bin eine Frau, ne? Also, also hier im Spiel. Oder so. Ich will den Bart in einer anderen Farbe haben. Oh Gott! Oh Gott! Ja, okay, gut. Noch ein bisschen Schminke ins Gesicht vielleicht. Ja, das haben wir ja. Ich will ein bisschen einfach nur die Schminke auskaufen. Nein, die Schminke wieder ins Gesicht. Oh Gott! Oh Gott! Vielleicht noch ein bisschen blaues Auge oder so. Oder irgendwie, ne, das ist zu much. Das ist, oh Gott! Alles, was ist so? Scheiße! Oh Gott, Luft! Oh Gott! Kann ich noch irgendwas ziehen? Nee, ne? Also, wir haben ja das Gesicht, ich mache das Gesicht, das schon da. Da kommt schon Tiff von mir. Das hat immer auch nicht. Oh mein Gott, ich kriege mich nicht ein. Gut, die Augen sind auch so ein bisschen, ähm, das habe ich. Die Nase, Nasenposition. Ja, ich kann es immer scheiße sein. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ähm, ähm, wieso? Ähm, vielleicht mache ich die Ohrenform normal. Nee, ich meine, die Spitzenohren sind schon... Okay, fertig. Speichern. Scheiße. Oh no. Jetzt erstmal auf die Rüstung gehen und erstmal auf den Helm und sagen, genau, nie anzeigen. Den Helm nie anzeigen. Scheiße, nein. Oh, Hilfe. Das ist besser als jede Droge. Dieses Spiel ist besser als jede Droge. Hä, wieso ist das so schwarz-weiß? Hä? Okay, es ist Licht. Das ist einfach das Licht, das hier irgendwie alles so komisch, unfarblich ist oder ich bin einfach...